Ja, ja, die beiden Läufer, die wir hier vorne jetzt noch sehen, es sind nur noch zwei, die das Tempo machen. Hat hier in Berlin schon mal einer gewonnen, aber die Zeiten haben sich auch da ein wenig verändert. Hier gab es eine klare Ansage. Wollt ihr Tempowacher sein, dann bitte lauft die entsprechend vorgesehenen Kilometerzahlen, aber lauft nicht zu Ende. Hat aber den Hintergrund, dass man eben nur noch 3-1 setzen kann. Und wenn ein Athleten sagt, ich will durchlaufen, dann nimmt der einen Platz des Tempomachers weg. Und deswegen fragt man sehr offensiv, entscheidet sich und ich glaube, das ist hier klar definiert. Und vielleicht ein Satz zur Zwischenzeit, also soweit meine Statistik hier, sind Sie jetzt bei Kilometer 25 fast wieder auf Kurs, was Weltrekord betrifft. Also das ist schon hier eine ganz, ganz spannende Kiste. Heiße Angelegenheit, deshalb jetzt auch zwei Tempomacher und das sind Jungs, die perfekte Bedingungen hier zum Marathon laufen. Und es ist einfach fantastisch, wenn man diese Jungs laufen sieht, wie die auf dem Niveau noch mit dem Tempo spielen. Und das machen die tatsächlich noch. Und ich bin jetzt mal gespannt, wie sie zu 30 kommen und wer dann was entscheidet zu tun, um vielleicht eine Entscheidung herbeizuführen. Wobei nochmal das Tempo unglaublich hoch. Vielleicht denken Sie sich auch, warten wir doch einfach mal ab. Wir sind ja zu fünft. Es hemmt vielleicht den Weltrekord, aber es ist umso spannender, wenn es dann taktisch wird für den Ausgang. Das Tempo von Wilson Kipsang, für mich macht hier Dennis Kimetto immer noch einen grandiosen Eindruck. Man kann nicht reinschauen, das ist klar, aber man versucht ja immer zu interpretieren. Wie sah der vorhin aus? Was für einen Stil hat der? In jedem Fall müssen wir nochmal unterstreichen. Es geht hier um eine ganz außergewöhnliche Leistung, auf die die Jungs hier zustreben. Das ist nicht aller Alltagslaufen, das ist auch nicht irgendein Straßenlauf, sondern das ist der Marathon weltweit, der Berlin Marathon. Und man sieht jetzt mal die zwei Gesichter, Pacemaker und Dennis Kimetto. Ist ja ein Unterschied. Der Pacemaker ist jetzt am Limit. Er weiß genau, ich habe noch ein, zwei Kilometer, vielleicht auch drei. Und er sieht ja souverän aus wie alle anderen, die für mich jetzt der Anschluss verloren wird. Dann ist es ziemlich schwierig, je länger das Rennen dauert. Die verabschieden sich jetzt da gerade. Jetzt gerade auch beide, auch ungewöhnlich, muss ich sagen. Normalerweise hätte man natürlich schon gerne gesehen, wie noch der eine Tempomacher einen Kilometer weitergegangen ist. Aber tolle Arbeit. Und Mutai, ich glaube es ist er, der scheint sozusagen in der ersten Euphorie jetzt doch das Zepter in die Hand zu nehmen. Und man sieht auch jetzt Getränkesituationen. Der eine hat nach der Flasche gegriffen. Es wurde unruhig. Und jetzt wird es schwierig, diese Lücken wieder zuzumachen. Und ich kann mir vorstellen, dass seine beiden Kinder, Tony und Alain, die sind vier und sechs zu Hause, jetzt ausflippen. Wenn Sie sehen, dass Papa hier an die Spitze stürmt. Den Anschluss da kurz verpasst. Der hatte ja schon zwei, dreimal Probleme an der Verpflegung. Ja, aber sein Blick ist ein anderer Blick. Sein Blick ist ein Fokussierter. Der zieht sich da ran. Am seidenen Faden, sagen wir immer so schön. Den sehen wir jetzt nicht. Aber er sieht ihn. Und das ist wichtig. Ich bin davon überzeugt, er kommt wieder rein. Und wir reden hier, wir sehen das, grüner Bereich, 24 Sekunden unter Weltrekordtempo. Kamvorohr, der Mann, der zeigen will, dass er in Berlin auch ganz nach vorne laufen kann. Okay, jetzt lassen wir mal diese Körper-Kaffeesatz-Sprache sagen. Und setzt die nächste Tempospritze. Und wir bewegen uns schon. Schauen Sie sich das an. In absolutem Weltrekordtempo. Weltrekordtempo, das ist der reine Wahnsinn, was wir hier sehen. Und es ist natürlich... Ich bin mal gespannt, ob dieses Konzept... Man sieht mal die Split-Times, ja. 2,50, 2,46, 2,46. Also hier haben Sie... So, hier sehen wir das nochmal. Jetzt hat die Weltrekordplakette Rückstand auf die Führenden. Und es geht in die Entscheidung. Kamvorohr, der muss jetzt kämpfen, damit er hier dran bleibt. Denn Kimetto setzt den nächsten Akzent. Nochmal eine Tempoverschärfung von dem Mann, ich sag's ja ungern, Dieter, aber den ich für den Stärkeren halte. Es ist faszinierend. Alle drei sind stark, das muss man wirklich sagen. Egal, wer das hier für sich entscheidet, das ist absolut irre, absolut top. Wettkampf, Wettbewerb und auch so früh, dass Kimetto so früh jetzt Entscheidungen sucht, gilt für alle drei, die ja immer wieder sich zeigen. Es sind ja noch ganze Stricke zu laufen. Es ist Weltrekordtipp, also 45 Sekunden schneller. Das heißt, für die zwei... Die stammen aus ärmlichen Verhältnissen, die haben in ihrer Karriere schon dafür gesorgt, dass ihre Familien jetzt Wasser anschluss, dass sie jetzt elektrischen Strom haben. Das sind die Basisvoraussetzungen, über die wir hier reden. Wir reden hier nicht über eine behütete Jugend, die die durchlaufen haben oder geordnete Verhältnisse zu Hause, sondern die kommen aus Situationen, die als schwierig zu bezeichnen sind. Und vielleicht muss man auch aus diesem Hintergrund kommen, um den Kampfgeist und den Geist des Laufens so in sich zu haben, wie die beiden hier, Mutai und Kimetto. Die machen das hier, wenn nichts weiter täuscht, unter sich aus. Also was eindeutig ist, glaube ich schon, beim Marathonlaufen, beim schon Langstreckenlaufen geht es auch um ein Stück Leidensfähigkeit. Wie groß ist meine Leidensfähigkeit? Und so hart es klingt, es ist sozusagen das einzugehen. Und hier kommt... Und vergrößern den zeitlichen Vorsprung auf die Weltrekordmarke. Wir bewegen uns wieder in Richtung historisches Rennen in Berlin. Und wenn die Absicht von Dennis Kimetto das war, dass er irgendwann eine Frühentscheidung herbeiführt, dann ist das erstmal misslungen. Und mit der Situation muss er jetzt erstmal zurechtkommen, weil Mutai, er spürt ihn, er hört ihn, er sieht ihn sogar, wenn er kurz mal einen kleinen Blick nach hinten wirft. Und diese Situation ist jetzt, würde ich mal sagen, erste Attacke missglückt. Und Mutai macht es sich vermeintlich einfach, ist jetzt dran. Und jetzt gibt es keine Kaffeesatzleserei mehr. Wir sehen zwei doch, ja, angestrengte Gesichter, Leute, die jetzt am Limit sind und tatsächlich am Limit sind. Und wir reden hier von zwei Läufern, die in Bereichen vorlaufen, wo noch keiner vorher war. Mutai, ist das die nächste Attacke? Das ist die nächste Attacke. Kimetto geht mit. Faszinierend. Es ist ein Spiel der Psychologie. Sie wollen sich immer signalisieren, ich bin stark, denk dran, du kriegst mich nicht los. Das ist die Aufgabe von Mutai. Und Kimetto sagt sich, ich will weglaufen, so sah es gerade aus. Aber es ist tatsächlich ein Showdown, den wir hier jetzt erleben dürfen. In Richtung der Entscheidung, in Richtung des Ziels. Kimetto macht nochmal zwei, drei schnelle Schritte vorne. Er will keine Spurtentscheidung. Er will vorher schon wegkommen von Emanuel Mutai. Ist das die entscheidende Situation? Eine Stunde 50 gelaufen. Noch sieben, acht Minuten vielleicht. Kilometer 38 ist hier rechts kurz im Blick. Und Dennis Kimetto macht den Antritt. Kann das schon die Entscheidung sein? Mutai geht nochmal nach rechts rüber. Dieter versucht da jetzt den kürzesten Weg auf der blauen Linie wirklich keinen Zentimeter mehr verschenken und vielleicht doch nochmal hinzukommen. Aber das ist ja so ungemein schwer. Die sind sieben, acht, neun, zehn Meter, die es jetzt ganz schnell geworden sind. Ist das noch möglich, Dieter? Edler Eindruck, der sich hier vermittelt bei diesem absoluten Weltklasse-Mann. Die Augen geradeaus fokussiert, das Ziel auch sichert so klar im Kopf, dass er weiß, jetzt geht es hier darum, Weltrekord zu laufen. Die Orientierung fehlte ihm in Chicago. Da hat man ihm nicht gesagt. Sie aufgrund ihres Pushens nicht dann so überzogen haben. Noch ist das Polster 43, setzt der Blick zurück. Ist der noch da? Wie weit? Hab ich Vorsprung? Gibt ihm jetzt Sicherheit. Jetzt ist kein ängstlicher Blick zurück, sondern der Blick zurück, wo er genau weiß, jawohl, den hab ich auf Distanz. Und ich hoffe, dass sein körperliches Gefühl ihm auch sagt, ich komme durch. Drei Minuten langsamer geworden jetzt. Ein absoluter Tag. Kundenungefährder Abstand von Kimetto zu Mutai. Die haben sie jetzt auch nochmal verloren. Also auch in Richtung Weltrekord wird das schon noch eng. Auf den... ...nicht. Ein phänomenaler Athlet hier. Beide. Und auch wir springen jetzt hier schon mal auf, weil jetzt können wir ihn dann gleich leibhaftig sehen. Den Dennis Kimetto, da kommt er angetanzt. Versucht hier nochmal Druck zu machen, sowas wie einen Endspurt hinzulegen. Der Abstand täuscht. Manu Mutai ist weiter weg. Der wird hier Zweiter werden in einer überragenden Zeit ebenfalls. Wir sind auf der Zielgeraden. Das ist die Perspektive. Die Zuschauer schütteln den Kopf hier so schnell und so früh. Das hatte keiner zu träumen gewagt. Er stürmt hier an uns vorbei. Dennis Kimetto auf dem Weg zum Weltrekord. Und es wird die erste Zeit unter zwei Stunden und drei Minuten. Ein Stück Sportgeschichte eingerissen von Dennis Kimetto. 2-0-2, 57. Unfassbar. Unfassbar. Der zweite kommt auch angestürmt. Immanuel Mutai. Auch der bleibt unter dem alten Weltrekord. Es ist sensationell. 2-0-3, 13. Überragendes Ergebnis. Die beiden Laufhelden von Berlin. Dennis Kimetto, der neue Held. Und Immanuel Mutai haben sich gegenseitig zu dieser unfassbaren Leistung getrieben. Das ist Marc Milde, der Mann, der so schlecht geschlafen hat. Und jetzt am Ziel der Träume ist für jeden Marathonveranstalter. Die können sich noch gar nicht freuen. Da sehen wir, wie die alles aus sich rausgepumpt haben. Den letzten Tropfen Energie rausgepresst haben. Er hat sein Glücksarmband um Dennis Kimetto geschenkt bekommen von einem Freund. Und er ist der neue Weltrekordhalter und er kann es noch nicht realisieren. Es ist alles noch viel zu, viel zu unter dem Eindruck dieses unglaublichen Rennens. Jetzt!